hallo lieber zwilling ja willkommen zu deiner lesung für den monat dezember meister schicksal ist so soll es sich im kaffeesatz widerspiegeln und umblick lieber zwilling ja du bist der breit du bist bereit insbesondere in diesem monat solltest du halt auch ja wie soll ich sagen mal einige probleme übersehen ja auch wenn es nicht deiner natur ist ja ich kenne den zwilling möchte eigentlich alles ansprechen und ausdiskutieren um hat ungereimtheiten aus der welt zu schaffen aber nun manchmal ist gar nicht verkehrt probleme zu übersehen ja und konfliktträchtigen gespräch zu vermeiden ja wir haben bald weihnachten ja von der friedlichen stimmung wegen 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 der friedlichen stimmung genau du solltest ja ungeräumt halten jetzt in der nahrung und umgebung erst mal für dich persönlich beim namen nennen ja damit du selber weiß was sache ist ja und dann halt versuchen sachen so die du jetzt nicht übersehen kannst mit deinem gesprächspartner ja über einen gemeinsamen nennen zu unterhalten das sorgt auch dafür dass so eine tiefere harmonie entwickelt ja lieber zwilling alles lieber bis zum nächsten mal und du kannst gerne den kanal abonnieren und keine weiteren videos zu verpassen bei bei